So, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen MGTOW-Beitrag auf diesem Kanal. Ich wollte gerne darüber sprechen, wie Männer und Frauen ungleich behandelt werden in der Gesellschaft, vom Staat und allgemein. Und was für verschiedene Erwartungen an sie gesetzt wird und welche Rechte sie halt haben. Wobei ich jetzt gerade gar nicht mal Rechte wirklich recherchiert habe. Ich weiß aber, dass es kein Recht gibt, was Frauen diskriminiert, sondern dass es nur Rechte gibt, die Männer diskriminieren. Und da gab es hier diesen Strafgesetzbuch Exhibitionismus Paragrafen. Ist jetzt natürlich sehr speziell, aber jetzt habe ich es mal schnell gesucht. Und das steht halt im Strafgesetzbuch 183 StGB, Exhibitionistische Handlung. Und das sagt explizit, dass ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt wird, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. Okay, geht noch ein bisschen spezieller. Worauf ich hinaus wollte, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt. Da steht nicht eine Person, da steht ein Mann. Und da gab es irgendwie, ich glaube, fünf Gesetze oder so. Da gab es auf jeden Fall noch ein paar mehr. Ich meine, das ist jetzt halt so Sexualstraftäter und so, ist halt so eine Sache. Nur das Gesetz ist, was es ist. Und wenn wir es jetzt wirklich knallhart runterbrechen, dann diskriminiert es ein Mann, weil eine Frau kann ihre Titten oder ihre Möse zeigen, ohne strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Rein vom Strafgesetzbuch jetzt her, ne? Dann hatte ich halt heute, ich mache gerade so eine Staplerscheinausbildung und da muss ich halt immer viel warten, bis ich wieder Stapler fahren kann, weil die anderen auch Stapler fahren wollen. Und da habe ich heute einfach mal so ein bisschen rumrecherchiert und das hatte, also was ich mir so rausgesucht habe, war Suizid zwischen Männern und Frauen. Also die Verteilung, dann wie der Anteil von Männern und Frauen bei tödlichen Verletzungen am Arbeitsplatz ist, ne? Wegen diesem Gender Pay Gap, dann wie das mit dem Sorgerecht und Unterhaltsrecht aussieht, ne? Und dann habe ich versucht herauszufinden, bei verurteilten Straftaten einmal, wie viel sind Männer, wie viel sind Frauen, das habe ich gefunden. Aber nicht, wer die Opfer sind, weil aus dem amerikanischen Bereich habe ich gehört damals, das ist glaube ich auch einfach, dass die meisten Opfer von Gewalt tatsächlich Männer gegen Männer sind. Also Männer sind sowohl die meisten Täter als auch die größten Opfer, das habe ich so gehört. Leider habe ich nicht eine Statistik hier gefunden, also überhaupt gar keine, die das belegt. Wenn ich nämlich nach Opfern von Verbrechen gesucht habe, dann kam immer häusliche Gewalt heraus, also bei Google. Und dann gab es halt irgendeine andere Studie, die halt, die ich am Handy nicht gucken konnte, weil es dann halt so ein 100 Seiten Ding war. Das war dann sozusagen zu aufwendig, da habe ich leider nichts gefunden. Ähm, aber das war halt sehr interessant, also zum Beispiel, ähm, fangen wir mal mit dem Suizid an. 2021, ähm, hat die Suizidrate von Männern 75 Prozent betragen. Also drei Viertel aller Selbsttötungen wird von Männern ausgeführt. Von Männern, die es ja angeblich viel einfacher haben und die angeblich mehr Rechte haben und denen die Welt offen steht und, 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 ne? Was komisch ist, weil, wenn es denen besser geht, warum bringen die sich denn um, ne? So, das ist halt auch so ein Ding, was Feministen nicht gerne hören. Sie reden immer vom Nieder mit dem Patriarchat, aber das, das ist sozusagen eine Rechtfertigung, einfach gegen alle Männer in den Krieg zu ziehen, ne? Wobei, ähm, sagen sie auch immer, ja, die Männer herrschen dabei, sind es halt wenige hyperkompetente Männer, die die ganzen Tag arbeiten, die ganz oben an der Spitze sind. Wo die Frauen auch hinwollen. Sie wollen dann durch eine Quote rein verstehen, aber nicht, äh, dass das halt 80 Stunden Arbeitswochen sind und so, die dich halt zu so einer Position hinbringen. Die, also es gibt natürlich auch das Modell des Hochschlafens und so, aber nach ganz, da kommst du halt nur in die zweite Reihe so, ne? In die zweite Reihe vom ersten Mann, so nach dem Motto. Ähm, dann wegen dem Gender Pay Gap, habe ich, ähm, extra mal gesucht, wie das mit der, mit den Unfällen aussieht. Und, ähm, weil es ist halt klar, wenn du eine höhere, einer höheren Gefahr am Arbeitsplatz ausgesetzt bist, ein höheres Risiko trägst für Verletzungen, Verunglückung, tödliche Verletzungen, Behinderungen, verkrüppelt werden und so, dann ist ja auch irgendwie sehr leicht nachvollziehbar, dass du ein höheres Gehalt haben würdest, als jemand, der diese Risiken nicht eingehen muss, ne? Und, ähm, die, die, ähm, Quote, also die Arbeit, tödliche Unfälle sind 96,3 Prozent, äh, der tödlich Verunglückten sind Männer. 96,3 Prozent, das ist 2020, sowohl der Suizid als auch das sind halt vom Statistischen Bundesamt und die haben aber ihre Quelle im, ähm, europäischen, äh, in der, der, also das hier ist jetzt die europäische Statistik der Arbeitsunfälle, aber beides war halt vom Statistischen Bundesamt. Und, also dementsprechend ist es klar, ich verlange auch mehr Geld, wenn ich auf einer Ölplattform bin und es jeden Tag das Risiko gibt, dass ich in Flammen aufgehe, dass ich nicht mal 100 Meter runter ins Meer springen kann, wo ich dann so schon abkratzen könnte, aber wo dann halt auch brennendes Öl auf mich herabregnet und ich trotzdem nicht im Wasser sicher bin, ne? Zum Beispiel, oder ein Dachdecker oder so. Auch in der Logistik, also hier bei meinem Staplerschein ist es so, dass uns immer gesagt wird, wie wir aufpassen müssen. Weil, wenn man so eine Gabel hat, kann man ganz leicht den Leuten die Beine brechen und so und auch wenn ich rückwärts fahre und nicht aufpasse gegen eine Wand, also zwischen Mann und Kiste oder so, wenn ich einen Mann zwischen der Kiste und dem Stapler einklemme, dann wird uns immer gesagt, der Mann gibt nach und nicht die Kiste und nicht der Stapler, ne? Also, der Körper ist das, was da gequetscht, zerstört wird, ne? Und nicht die Stahlkiste oder so. Und, ähm, ja, das ist halt eigentlich sehr einfach nachzuvollziehen, dass diese Berufe mehr Geld verdienen. Also, wäre komisch, wenn nicht, ne? Weil dann würde es ja keiner machen. Das ist halt, ja, Risk-Reward nennt man das, ne? Risiko und der darauf folgende Mehrnutzen, den man sozusagen haben kann. Eine Sache, die ich jetzt auch, äh, voll aus Acht gelassen habe, was ich jetzt hier so im Nachtrag noch, äh, sozusagen hinzufügen muss, ist auch die Obdachlosigkeit. Ähm, von der Obdachlosigkeit sind Männer deutlich mehr betroffen als Frauen. Also, ich sehe jetzt hier gerade keine, keine Zahlen, weil alle Obdachlosen sind immer geschätzt. Die melden sich ja nicht irgendwo und können dann sozusagen gezählt werden. Dementsprechend ist es nur eine Schätzung. Aber die Schätzung ist halt, dass es halt auch so ein überwiegender Teil männlich ist. Und da bin ich jetzt aber auch gleich darauf gestoßen, dass es jetzt hier Minister Laumann, obdachlose Frauen, weniger sichtbar, aber besonders gefährdet. Land fordert, äh, also das Nordrhein-Westfalen, fördert Modellprojekt. Und dann steht hier Sozialminister Karl-Josef, äh, Laumann hat im Rahmen der Landesinitiative endlich ein Zuhause-Drei-Projekt auf den Weg gebracht, die sich speziell an wohnungslose Frauen wenden. Ne? Also, es gibt ja so schon Frauenquoten und alles. Und jetzt bei Obdachlosen hat man auch so Projekte, die ganz speziell sich an obdachlose Frauen statt an Obdachlose wenden. Ähm, warum Männer sozusagen öfter obdachlos sind als Frauen ist dadurch, dass, ähm, ganz doof, wenn du eine Frau bist, interessiert sich noch jemand für dich, der dich pumsen will. Ganz stumpf und einfach, ja. So einfach ist es. Du bist halt hilfsbedürftiger. Man ist, es gibt mehr das Gentlementum, so, wobei das halt schon fast tot ist, ne? Und für einen Mann so, er hat halt Pech gehabt. Ne? Frauen und Kinder zuerst, äh, gab's auch damals schon und so. Ja, aber da war die Geschlechterrolle noch ganz anders. Und, ähm, das hab ich halt grad vergessen zu erwähnen und fand's halt krass, dass ich jetzt gleich einen Artikel finde, wo es heißt, dass obdachlose Frauen beschützt werden sollen. Und nicht Obdach, also die Obdachlosigkeit soll nicht allgemein abgebaut werden, sondern besonders hilflose Frauen. Ja, und die sind halt in der Familie immer noch mehr verankert als die Männer und sowas alles. Und dementsprechend haben sie halt, ähm, mehr, mehr Schutz, mehr Möglichkeiten, ja? Bevor sie auf der Straße landen müssen, noch mehr Stricke reißen, so. Ja, ich war auch schon mal von Obdachlosigkeit bedroht, aber das war auch nur, weil ich ein fauler Idiotentrottel war, der total dumm war. Ich war damals noch mit Poker spielsüchtig, sozusagen, und hab halt einfach einen Teil meiner Miete verzockt, ne? Und dann, äh, ja, war ich schon in der Miete hinten und so, was halt total unfassbar war. Und dann bin ich halt auch irgendwie aufgewacht und konnte halt den Vermieter sagen, ja, hier, ich hab ein Problem, bla 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 bla, und ob ich das in Raten abzahlen kann und bla, dann ging das auch alles. Das Problem war vorher, ich hab mich halt nicht gekümmert, so, ne? Ich hab das auch einfach passieren lassen, so, nicht hingeguckt und so. Und sowas ist halt auch das Ding, ne? Also ich hab dann ganz schnell gemerkt, Alter, kümmere dich mal um deine Probleme, weil ich will nicht auf der Straße landen und so. Ist jetzt schon viele Jahre her, ich weiß nicht, zehn oder so. Aber, äh, es wäre auch eindeutig meine eigene Schuld gewesen, ja? Das ist nicht die Schuld von jemand anderem gewesen, sondern ganz klar meine. Aber, ja, vielleicht hätte meine Familie mir dann auch geholfen, wenn ich sie gefragt hätte, aber das wollte ich nicht, auf gar keinen Fall. So, da hab ich mich zu sehr geschämt, ja? So, das war eine kleine Sache, die ich hier noch vergessen habe und, äh, ja, dann weiter. Dann hab ich mir als nächstes das Sorgerecht angeguckt bei IhreVorsorge.de. Da fand ich das super interessant, ähm, wenn zwei, also wenn das Kind aus einer Ehe stammt, dann geht es sorgerecht automatisch an beide Eltern, außer es wird ein gerichtlicher Streit darüber geführt, was eigentlich im Normalfall passiert, weil, dass man jetzt gute Trennung hat und so ist eher die Ausnahme, ne? Weil der eine ist fremdgegangen oder die ist fremdgegangen oder bla, also da ist irgendeine Form von bösem Blut im Normalfall vorhanden, ja? Und da denke ich schon, dass es dann die Kinder mit dem Streit reingezogen werden und man will die dann auf seiner Seite haben und dem anderen eins auswischen und die ihn wegnehmen und so. Ich glaube, da sind wir halt doch sehr, wie Tiere, was sowas angeht, also so animalisch sehr emotional. Und, ähm, also bei Verheirateten ist das gemeinsame Sorgerecht. Das Interessante war aber, wenn man unverheiratet ist, geht das Sorgerecht automatisch an die Mutter, nicht an, also der Vater ist erstmal außen vor, jedoch ist er Unterhalt, zum Unterhalt verpflichtet. Und das fand ich halt krass interessant, weil du hast dann kein Recht zur Erziehung an deinem Kind, ne? Du kannst keine großen Entscheidungen mitbestimmen, auf welche Schule es gehen soll, zum Beispiel, ob es auch beschnitten werden soll, irgendwelche Operationen oder so, auch kosmetische Sachen, keine Ahnung, Brustvergrößerungen mit 16, keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber Sachen, oder ob dein Kind mit 16 heiratet und so, gab's ja, man konnte mit 16, glaube ich, heiraten, aber nur mit Zustimmung der Eltern und so, und sowas gibt's ja dann, ne? Und, äh, da bist du überall raus, ja, wenn du sagst, es ist Wahnsinn, dann kann die Mutter einfach sagen, nee. Und in den USA ist das besonders schlimm, weil, ähm, da gibt es halt, in der Trans-Community passiert ja sehr viel. Da ist es halt so, dass es jetzt schon 14-jährige Jungs oder Mädchen gibt, die sagen, ich bin das andere und ich will jetzt eine geschlechtsangleichende Operation. Soweit sind wir hier noch nicht, ja, dass das an Minderjährigen so easy durchgeführt werden kann und so, aber in den USA ist es so. Und da gab es auch einen Mann, ich glaub, ich weiß nicht mehr, auf welchen Bundesstaat der kam, und der wollte dann echt seine Kinder retten, weil die wissen ja noch nicht, was sie tun, ja? Ja, also ich bin jetzt mal so, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sag, dass ein 16-jähriges Kind, also Jugendlicher, noch nicht wirklich weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist, also wenn er sagt, er ist das andere, ja, sondern, oder gerade wenn du 14 bist oder so. Mit 18 ist es dann sozusagen die andere Sache, aber, also wobei man da auch noch nicht wirklich perfekt reif ist, ne? Aber sozusagen von einem unter 18-Jährigen, der halt keine Entscheidung ist, der nicht mal richtig geschäftsfähig ist, so eine Entscheidung treffen zu lassen, ist halt verrückt, ja? So, und, ähm, also man hat halt überhaupt kein Recht an dem Kind als Vater, wenn man unverheiratet ist, aber ist zum Unterhalt verpflichtet und das fand ich halt sehr, 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 sehr krass, ja? Dann die Statistik, das letzte, was ich gefunden habe, war 2018, 1016 Fälle, Streit um Sorgerecht, 914 der 1016 Fälle ging an die Mutter, 102 an den Mann. 89,9606% ging an die Frau und die wird halt massiv bevorzugt, ne? Ist halt so, das, das ist hier offen sichtbar. Als nächstes habe ich mir halt so, wollte ich, ähm, mir angucken, halt wie gesagt, dass, ob es stimmt, dass Männer gleichzeitig öfter Täter als auch Opfer sind, das mit den Opfern habe ich leider nicht gefunden, was sie aber eindeutig sind, ist öfter Täter. Ähm, 2021 gab es halt etwa 660.000 verurteilte Straftaten, wobei 550.000 aufgerundet jetzt grob, äh, an die Männer ging und 110.000 an die Frauen, also sozusagen 5 zu 1, ja? Ähm, und da ist es halt so, dass Frauen, äh, im Normalfall geringere Strafen bekommen. Und das hat halt mehrere Gründe. Vor allem, wenn sie Mütter sind, werden sie weniger bestraft. Dann ist es aber auch so, dass sie in den meisten Fällen weniger vorbestraft sind als ihre männlichen Pendants. Und sie profitieren dann halt so von offenem Strafvollzug, gemeinnütziger Arbeit und Fußfesseln so eher. Ja, und, äh, dann gab es halt so eine Staatsanwaltschaft, die meinte, es liegt aber auch an veralteten Rollenbildern oder Geschlechterbildern, dass das so ist. Ähm, es war aber auch so, dass Frauen im Normalfall geringere, also weniger harte Delikte begehen. Das sind dann Verkehrsvergehen oder Diebstahl oder so. Jetzt nicht 10-facher Mord unbedingt oder so, ja? Ähm, das war halt so, was ich so an Statistiken gefunden habe. Dann habe ich mich so ein bisschen in die Datingpräferenzen reingelesen, ähm, da habe ich gleich so ein Video gefunden. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt reinschneide. Das ist halt amerikanisch und da waren halt Frauen gefragt worden, was sie denn von ihrem Mann erwarten, was er verdient, ne? Und, ähm, die waren halt alle voll aus der Luft gegriffen. Eine meinte, okay, gemessen an mir muss er mindestens 70.000 bis 100.000 machen, was sozusagen heißt, dass sie weniger als 70.000 macht. Und eine andere redet was von 300.000 und eine andere von 130.000, weil es da inflationsbereinigt ist und so. Und sie raffen halt nicht, dass das sozusagen nur ein Prozent der, der, äh, der, der Leute ist, ja? Wie hießen das, ähm, es gab auch so eine Seite, scheiße, ich habe die jetzt vergessen. Da konntest du als Frau eingeben, das war so ein Spaß-Quiz, ne? Ob er jetzt schwarz-weiß sein soll, wie viel er verdienen soll, wie groß er sein soll und so weiter. Und dann kam raus, wie viel Prozent der Männer sind so, wie du willst. Und gerade mit diesem über 100.000 ist es nur ein Prozent der amerikanischen Männer, die so ein, so ein Gehalt im Jahr überhaupt haben. Und das heißt, dass du 99 Prozent aus dem Datingpool schon entfernt hast und du glaubst, dass du einmal diese ein Prozent überhaupt triffst und dass du dann noch sozusagen sie von dir überzeugen kannst, ne? Oder diesen einen, den du bei jedem hundertsten Date sozusagen triffst. Natürlich fällt das du aus, aber ein Prozent ist nicht wirklich viel, ne? Ich meine, wir können ja mal, äh, also ihr könnt ja mal so einen Zufallsgenerator durchlaufen lassen, der von 1 bis 100 euch eine Zahl ausspuckt und dann wie oft spuckt der die 100 aus, so? Und das ist halt im Durchschnitt jedes hundertste Mal und das ist halt selten, ne? Ein Prozent ist halt wenig. Und, äh, da ging es halt auch, ähm, allgemein um diese Datingpräferenz. Also dieser Datingpool, den Frauen dann haben, durch ihre total übertriebenen Ansprüche, sind, ist halt dann, ist es so, weil sie wollen dann einen, der 6 Feet hat, 6K und, äh, warte, 6 Feet, also 6 Figures und was war das dritte? Also die 3 Sechsen hieß das. 6 groß, 6-stelliges Einkommen, fuck, was war das dritte? Man, im anderen Video habe ich es noch richtig gesagt, so. Auf jeden Fall ist es dann so, dass jeder 0,1-te Mann sozusagen 1,80 groß ist. Ach genau, und das Alter, ne, das war nicht Alter, da war das Alter nicht drin, ne? Und nur ältere Männer machen normalerweise halt so ein Geld, ja? Da gibt es noch weniger junge Leute, also wenn du so noch das auf Alter beschränkst und so. Und nach Rassen trennst und so. Also weil du jetzt sagst, ich will einen schwarzen Mann haben oder so, dann ist es sozusagen noch weniger, weil es dann halt 2 Männer gibt, die unter 30 sind und der eine ist schwarz und der andere ist weiß von 1.000 oder so. Und dann sagst du, okay, ich will nur den schwarzen. Das heißt, du nimmst den einen auch nochmal weg, so. So, das sind halt total unrealistische Erwartungen, die sie aber haben können, das ist jedem sein Recht. Aber Frauen dürfen das erwarten und Männer nicht. Wenn du als Mann sagst, ich will, dass meine Frau nicht fett ist, dann bist du gleich ein sexistisches Arschloch, Fettfob und bla, dann bist du gleich der Teufel, weil du auch Standards hast. Und das ist auch so eine Sache, die halt so reinspielt. Warum ich das hier eigentlich auch nochmal alles erzählen will, ist, im letzten Video habe ich darüber gesprochen, wie Andrew Tate zu der Berühmtheit und zu diesem Status gelangt ist, den er hat. Und er ist da halt angekommen, weil er diesen Umstand halt anspricht und nicht leugnet. Die öffentlichen Medien tun das total. Da geht es, also da sagen die nicht, ja, Mann, Frauen werden total bevorzugt behandelt, sondern es heißt immer Patriarchat, Rassismus, Sexismus. Der alte weiße Mann ist das Feindbild, ne? Also der alte Mann auch in dem Fall jetzt, ohne Rasse mal reinspielen zu lassen. Ja, und, ähm, ja, das Patriarchat, das hat halt mit Ali Schwarzer auch irgendwo angefangen. Ich meine, da war alles noch richtig, dass eine Frau kein Konto haben durfte, ohne die Erlaubnis des Ehemanns, und ich arbeiten durfte, ist natürlich Quatsch. Ja, das, das muss ich ihr schon anrechnen, dass es richtig ist, also wenn es um Gleichberechtigung geht. Aber bis vor acht Jahren gab es auch noch die Wehrpflicht, von der waren nur Männer betroffen. Und jetzt wird ja, äh, sozusagen überlegt, ob man das nicht wieder einführt. So, das wäre wieder etwas, was nur zu lassen von Männern ist. Kriegsopfer sind sowieso zu noch mehr als 90 Prozent Männer, weil die halt auf dem Feld sterben, ja? Die können sich nicht aussuchen, ein Flüchtling zu sein, sondern die gehen drauf in Stalingrad oder so. Ne? Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Und, ähm, naja, über Datingpräferenzen weiß ich nicht, ob ich nochmal ein eigenes Video machen sollte und ob das, ob ich, wenn ich es jetzt mache, überhaupt genug Stoff dafür habe. Aber diese 80-20-Rule, dass 10 bis 20 Prozent aller Männer den Zugang zu 90 Prozent der Frauen haben und dass sich sozusagen 90 Prozent der Frauen die gleichen 10, 20 Prozent der Männer aufteilen unter sich, ist natürlich dann auch, ne, scheiße so. Also es ist scheiße für mich sozusagen, aber die Frauen sind dann auch unglücklich, dass ihr Mann Optionen hat und dann müssen sie sich anstrengen, ne? Und dann, er hat ja auch die Chance, fremdzugehen, wenn er ein attraktiver Mann ist, so. Ich zum Beispiel hätte nicht mal die Chance, wenn ich wollte, so. Also okay, ich habe auch Standards, deswegen, ich meine, ich könnte jetzt vielleicht auch, wenn ich wollte, Sex haben mit jemandem, den ich hyper unattraktiv finde, aber das will ich halt nicht, ne? Bin ich mir zu schade drum, dann schaue ich mir lieber Filme an, so. Ja, sag ich ganz ehrlich, so. Statt mir, also, statt mich so selbst zu erniedrigen, so sehe ich das, ja? Wirklich, naja, ist halt die andere Sache. Ähm, also wie gesagt, ging es jetzt halt darum, warum Tate auch so, so den Einfluss hat und das ist, weil es diese ganzen Sachlagen gibt, die er offen anspricht, die er sagt, dass sie existieren und er leugnet sie nicht. Und während die Medien das halt tun, auch in den Filmen ist es jetzt immer so, dass die Frau der Held ist und sie muss ihren dummen Mann, sie muss die Fehler des dummen Mannes ausgleichen. Er ist nicht der Beschützer und bla. Weißt du, im Normalfall ist er der, der gegen das Mammut kämpft und sie ist irgendwo in so einer Höhle und ist da nicht mal da gewesen, ja? Und das ist jetzt halt so voll umgedreht worden. Da gab es auch so eine super krass geile Sache mit so einer Insel. Das war so ein Survivor-Ding, dass so Männer auf eine Insel gehen und halt überleben sollen. Und dann gab es eine zweite Staffel davon, irgendwas Island hieß das. Bla, 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 ist Island. Und das war halt dieser Ex-Navy oder so, der auch in der Wüste überlebt und so. Also so ein krasser Typ, der hat diese Serie gemacht. Und dann ging es halt darum, dass es ein Team Frauen gab und ein Team Männer, die auf der gleichen Insel auf verschiedenen Seiten der Küsten, also verschiedenen Küsten waren, sondern und die Frauen kamen gar nicht klar. Die Männer haben im ersten Tag schon ihr Dach gehabt, also ihr trockenes Dach und bla, 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 haben sich organisiert und die Frauen haben das halt irgendwie ganz komisch demokratisch versucht, alles zu machen. Und vorher noch, wir sind besser und so. Und dann mussten die die ganze Zeit bei den Männern Schleim kommen und haben sozusagen ihre Ressourcen weggefressen. Die waren eine Belastung. Und wenn das Kamerateam da irgendwie nicht dreimal eingeschritten hätte, wären die Frauen auch draufgegangen, weil sie halt kein, hier kein Süßwasser sich besorgt haben oder besorgen konnten, dass sie überhaupt auf die Reihe gekriegt haben. Und da ärgert mich das halt auch immer, dass Frauen sagen, wir brauchen keinen Mann, weil mindestens indirekt braucht man den. Wir haben so einen hohen Stand in unserer Zivilisation erreicht. Dieses Haus hier, ich wette, da hat es eine oder keine einzige Bauarbeiterin gegeben, die ihre Hände hier angelegt hat. Was auch nicht schlimm ist so. Aber ich, das heißt im Klartext, Männer haben dieses Haus gebaut. Höchstwahrscheinlich auch geplant. Die Straße wurde von Männern gebaut. Die Elektrizitätsleitungen wurden von Männern gelegt. Die Wasserleitungen wurden von Männern gelegt. Das Elektrizitätswerk und das Wasserwerk wird höchstwahrscheinlich von Männern betrieben und so. Ja, das ist alles auf der harten Arbeit von Männern sozusagen aufgebaut. Natürlich gab es dann auch wieder in den Leben dieser Männern und Frauen höchstwahrscheinlich, die hinter ihnen standen und den Rücken freigehalten haben, sage ich mal so. Gab es halt, gibt es also ganz sicher. Aber halt auf der anderen Seite auch, es ist nicht die Arbeit der Frau gewesen, die diese Zivilisation aufgebaut hat, die uns hier Flugzeuge und Autos bestellt hat. Schon alleine simple Fahrräder und so. Ja, dieser ganze technische Fortschritt. Natürlich kann man auch sagen, Frauen durften nicht forschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt. Und Marie Curie und ihr Mann, also man wird sie ja immer nennen als große Wissenschaftlerin, aber ihr Mann hat das auch mitentdeckt. Der ist halt nur einfach früher an radioaktiver Strahlung draufgegangen als sie und so. Und diese Hochniesigkeit, die haben wir halt erlaubt. Wir haben es so hoch geschafft, dass die Frauen dann so arrogant sein können und sagen, das brauche ich alles nicht. Ich schulde den Männern nichts. Aber dass das von so vielen vorherigen Generationen, also dass das auf so vielen Rücken aufgebaut wurde, die so viel leiden mussten, die nicht hatten, was wir hatten, das ist auch so krass, auch Handys und so. Das verstehe ich nicht. Das ist auch ehrlich gesagt eine Schande. Finde ich eine Schande wirklich. Aber gut, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte gerade auf irgendwas Bestimmtes noch mal hinaus damit. Aber leider habe ich es jetzt vergessen. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen interessiert hat. Also es sind so meine Gedanken, was diese MGTOW-Bewegung angeht, warum Andrew Tate halt so erfolgreich ist, warum er, warum ihm so krass zugehört wird. Ne? Das ist ja wirklich das Ding. Weil es halt ein Bedarf, es gibt einen Durst danach, das zu erfahren. Deswegen sagt man auch immer Red Pill und Blue Pill. Das hat von der, das hat mit der Matrix zu tun, ne? Wenn ich die rote Pille schlucke, dann geht es richtig tief in den Kaninchenbau und so, ne? Naja, ist halt ein bisschen ernst hier alles gerade. Ich hoffe, es hat euch trotzdem interessiert und es ist jetzt halt kein Warcraft oder so. Dankeschön fürs Zuschauen, wenn ihr wollt, sehen wir uns halt im nächsten Video, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.